Musik Tja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Don't Starve In der ersten richtigen Runde hat man es bis Tag 20 geschafft Dann bis Tag 40, dann jetzt wieder bis Tag 20 Und jetzt würde ich doch gerne ein bisschen weiter kommen Und aus diesem Grunde legen wir los mit einem neuen Game Das ist so ein Riesen-Test-Game von mir Und wir starten Ähm, genau Und zwar, die Wörter geht natürlich wieder auf Hatsch Landbranche, weiß ich gar nicht, was das genau heißt Ich überlasse es deswegen einfach mal Ich bin mal so Die lasse ich auch mal Das gehört schon zum Spiel Autumn or Spring Day Default, Long Day, Long Dusk, Long Night No Day, No Dusk, No Night Wir machen mal Wir machen mal Yes No Wow, okay Wenig Blitze Wenig Regen Was das ist, weiß ich eigentlich, sagt nicht Ähm, wir machen ein bisschen mehr davon Einfach ein bisschen länger zu überleben Und wir machen aus einem Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen Mehr Pics und mehr davon Das hat einen ganz einfachen Grund Es gibt so viele feindliche Tiere Da habe ich mir überlegt Da könnte man doch ruhig ein bisschen mehr von den beiden machen Die einfach, ähm Die freundliche Tiere sind Äh, Vögel und Spaß Ja, es gibt mehr als genug Brauchen wir uns nichts machen Wir setzen Diese Wunde runter Ähm Mit denen komme ich eigentlich ganz gut klar Sonst Was haben wir noch so Bäume Pff Das Zeug, das Zeug, das Zeug Das Zeug Sieht sonst alles ganz gut aus Und dann Starten wir einfach mal Und hoffen, dass es diesmal was wird Ich will halt Ich will schon ein bisschen Das ist ein bisschen, ähm Einfacher für uns wird Ein bisschen einfacher werden Aber ich möchte natürlich auch aufpassen Dass dabei nicht Irgendwie so einfach wird Dass es kein Dass der Sinn des Spiels An sich verschwindet Deswegen tue ich noch so kleine Änderungen vornehmen Und ja Äh, falls ich mich ein bisschen Verklicken sollte Oder so ein Spaß Wundert euch nicht Ich habe gestern Einfach, ne heute früh Einfach mal Fröhlicherweise Kaffee über meine Schöne Super Tastatur Drüber Sehr power you don't look so gut Über meine Wunderschöne Tastatur Drüber gekippt Und äh Die ist nun Im Eimer Der Kaffee ist bis auf die Platine runter Und Ja der war Kochend heiß Und da hat sich meine Platine verabschiedet Drei oder vier Klöpfe ging noch Und das war's dann auch Und da haben wir gleich einen Pick Und ich werde versuchen In der Nähe eines Schweines zu hausieren Denn die Schweine können uns helfen Ich versuche also ein Schwein und ein Rind gleichzeitig zu erwischen Das wäre die absolute Krönung Weil das Rind gibt uns Scheiße Und das Schwein kann uns eventuell auch Scheiße geben Wenn wir es denn scheiße behandeln Hohoho Nein Wenn wir es füttern Dann muss ich mal hier gucken Da haben wir noch ein Schwein hier Interessant Frage ist natürlich Habe ich denn hier in der Nähe Auch einen Rind Ohne Rind stelle ich mir das dann doch ein bisschen schwer vor Weil wir brauchen ja auch die Wolle vom Rind Und so einen Spaß Können wir uns natürlich auch noch weiter ferner auch holen Aber naja Habe ich jetzt schon lieber in der Nähe Fühlt sich einfach besser an Oder was haben wir denn hier oben Hier haben wir auf jeden Fall Steine Die brauche ich zwar eigentlich Ah da oben ist flint super Na super Dann hole ich mir den Flint hier Und hier ist gleich so viel Flint Dass ich mir Die Spitzhacke bauen kann Das ist super genial Dann bauen wir uns die Spitzhacke Wo? Die Spitzhacke War nicht los Ich hatte mal die Mist getestet hier Die Frau die aus irgendwelchen Gründen Keine Angst vor der Dunkelheit hat Das war auch echt super Die hatte echt keinen Schiss in der Dunkelheit Das ging nur ganz langsam runter Eigentlich fast unmerklich Äh Problem an der Sache war nur Ich bin in die Wüste gegangen mit der Und aus irgendeinem Grund Ist der Bildschirm rot geworden Sie ist angefangen So zu schwitzen Und ist dann irgendwann gestorben Einfach gestorben In der Wüste Und die war Zu Ja weiß nicht Ich Fand die dann Ob er mal nicht mehr so ansprechen Ich weiß nicht warum Keine Ahnung Dann immer wieder Lieber wieder unseren Wüsten Scheißesammler hier Freund des guten Scheißegeschmacks Wir müssen ja auch irgendwo Der Tradition treu bleiben Die Tage sind sehr lang Looks like Wie Start In de In de Frühling Prinzipiell Hab ich da erstmal nichts dagegen Aber ok Wir versammeln uns erstmal hier Den Arsch an Stein und fröhlich Weil wir werden ja sicher nicht nochmal hochkommen So schnell Oder ich sag's mal so Wenn wir einmal hier oben sind Können wir gleich alles mitnehmen Das hab ich die bessere Erklärung Und dann Gucken wir mal ob wir Irgendeine coole Behausung finden Bisschen Zeit hab ich ja noch Blumen haben wir noch hier gefunden Dann haben wir den noch kaputt Und dann gucken wir mal ob die anderen noch reputern können Und dass es irgendein Vieh kommt Und sagt so Ne 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 Ich baue Monster Du auf die Fresse Und äh Wäre natürlich Jetzt kein Problem Wir wissen ja mit leider Wie man die Baummonster besänftigt Bisschen ruhig und still gerade Wenn ich jetzt nichts sage in der Weile Dann könnte man fast denken Man ist in so nem Ich sag ja mal nichts Ist schon gruselig ne Total So genug nix gesagt Hier schauen wir mal was finden Und sich gepflegt wieder lassen kann Hier ist ein Bison Aber ich meine Dieser Walz hier Looks like Looks like Nicht so schön Ich hätte gerne Eine schöne grüne Wiese Diesmal Wenn wir schon das so machen Dass die Viecher überall spornen können Dann können wir auch gucken Dass wir eine große Wiese finden Eine schöne Die Frage ist nur wo Nahrungstechnisch sind wir jetzt nicht unbedingt groß ausgerüstet Ach wir haben es auch schon mal Blumen gefunden Da habe ich schon bessere Zeiten gesehen Nahrungstechnisch Hier war noch eine grüne Wiese Nur da sieht es etwas mager aus Was die Schweinchen und so angeht Na gut dann machen wir uns erstmal hier ein Feuer hin Und ernten den Baumstärken Bevor Feuer fängt Und dann haben wir den ganzen Rest der hier noch steht So Dann machen wir ja mal ein bisschen Feuer Ich habe hier irgendwo ein Wind gehört Hier ist auf jeden Fall irgendwas Aber Ich kann es jetzt gerade nicht genauer beurteilen Ich kann es ja mal probieren Ich kann es ja mal probieren Okay blau bringt anscheinend was Gut zu wissen Blaue Mushrooms bringen was Science Ich könnte mir eine Science-Misch einbauen Aber Habe ich noch genug für die nächste dann Hätte ich auch Aber wie brauchen wir dann für die nächste dann Im Moment wir bräuchten hier dann Das da Nee okay dann kann ich es nicht machen Dann nicht Wir brauchen die fünf auf jeden Fall Na komm schon Hallo Wilfried Scheiß wie geht es dir Okay Das ist an sich ein übel geiles Fleckchen hier Aber Und da kommt das große Aber Ohne Schwein möchte ich mich hier nicht niederlassen diesmal Ich glaube dass uns das Schwein Einen entscheidenden Vorteil bringt Im Kampf gegen irgendwelche dinge Ja joo Schwein Okay dann lasse ich mich hier nieder Haben wir denn hier eventuell noch eine Wiesernherde Nur mal so zum rumstöbern ganz kurz Hier haben wir noch ein Schwein Da haben wir noch ein paar Steine Hier haben wir noch ein paar Steine Bären haben wir ja auch ohne Ende Ja dann lasse ich mich hier mal beim Schwein nieder So Dann bauen wir hier mal eine Science-Misch ein Flipp Dann ein Lagerfeuer Bevor ich nachher wieder keine Steine habe Weil ich verpasst habe das Lagerfeuer zu machen So Dann holen wir hier mal die Bäume abruppen in der Nähe Basteln schnell eine Schaufel Wie viel Holz das wir haben basteln wir uns schnell Na einmal geht er noch ohne Geht Holz Äh Schwein hat sich schonmal verabschiedet Und dann habe ich auch noch kein Fleisch was ich ihm geben könnte Na So Okay Dann können wir uns hier noch einmal den machen Und dann machen wir uns ganz kurz eine Kiste Und stellen diese hier in das Haus Ein Holz kann man zum Auffüllen nehmen Dann essen wir kurz was Und weiter geht's Dann müssen wir auf jeden Fall bei Science mal ganz kurz schauen Also ach so müssen wir uns hier ein paar Bricks machen Hier genau Hier können wir uns bei Science auf jeden Fall ein Electric Donate Basteln Oh die wollte ich gar nicht bauen Egal dann bauen wir jetzt noch ein paar Bricks Wir müssen ganz kurz das Feuer wieder anfangen Ich pflanze mal hier ein paar Bäume an So habe ich hier viel Platz im Inventar Dann müssen wir mal gucken hier bei Electric Road Müsste das da irgendwo sein oder Lightning Road Genau Ach da fehlt uns jetzt das Ding Okay dann machen wir uns halt nochmal so eins Bild Und was fehlt uns denn noch für das Für den hier Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch Holz Das können wir uns ja eigentlich gleich beschaffen Indem wir einfach abwerfen Lalalalalalalalalalalalalalala Tut mir sehr leid ich muss dich mal hier Stören Ist ja gerade geschrumpft Der Baum Ja ist klar Warum nicht Warum nicht Es ist anscheinend so kalt Dass sie sofort Herzkreislaufprobleme kriege dabei So dann machen wir uns jetzt bei dem Blumenkreis Den normalen alltäglichen Und dann setzen wir eine Falle hierher Dann können wir hier rein mal Die Dinger tun Und auch So was haben wir noch Jetzt können wir uns hier Ja die brauche ich dann beides nicht Also mein Grund ist die zusammengebrochen Ich weiß nicht wieso Hier kümmern wir uns mal um das Holz Lalalalalala Ja die können wir uns auch so holen hier das Holz Na komm So Dann gehe ich dann mal ganz kurz hier Und mach mal den Und drop ich den mal da rein Und Wie viel Holz haben wir denn gerade Acht Stück Ein bisschen mehr brauchen wir schon Ein bisschen mehr brauchen wir schon Ein bisschen mehr brauchen wir schon So 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 den ganzen Spaß hier auch noch mitnehmen Samen mitnehmen Oh Blumen mitnehmen Und dann hier die Bäume packen Während du den Kaffee trinken am Rechner reicht ja nicht Das hat sich gestern mein Kaffee über den ganzen Ufer gibt aber Jetzt gerade wieder Tastatur meiner Mutter ausspielen muss Und mir nachher aus meine Neues erstes zu kaufen muss Na super Warum nicht Na Wirds blenden alter Blenden 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 Geh doch Arsch dein scheiß Problem he Verstehe ich nicht Ich sein wett wird kann Ja Bisschen das kann ruhig sein das ist egal So 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 mitnehmen So Bären mitnehmen Wenn es nur ist Ist mir auch egal So Klack und klack Aber dann 6 Stück Das reicht natürlich gar nichts Für nichts Für eine Runde nichts reicht es Juhu So Da die Samen Bevor der Vogel sie sich nimmt Und hier die Kacke So super Dann gehts weiter Das wieder Samen Auch gut Ein Vogel meine Lalalala 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 Habe ich da was zum Essen machen Nicht wirklich Den Schwerden kann ich so essen Aber bringt mir nicht viel Ähm Ich würde jetzt gerne machen Struktur Ne wir müssen das mal hier machen Und da fehlt mir noch was Und da fehlt mir noch was Nur durch mit denen noch Immer schön nachpflanzen Dann kann auch nichts passieren Dann kommt auch kein böses Monster So So Dann machen wir uns ganz schön noch hier Eine Und was fehlt uns denn jetzt noch Jetzt fehlt uns noch ein Stonebrick Stonebrick Da muss ich mir rollen Die Spielzeige Okay Die Spielzeige hat neun Reicht das noch neun Reicht das noch Nein Es reicht genau nicht So Dann hole ich mir mal ganz schnell die drei Felsen hier Wenns so verlockt nah dran liegt Dann hole ich mir natürlich gleich alles Warum auch nicht So Dann kommen wir mit der Axt Wollen wir uns den letzten Baum hier noch Und mit der Schaufel grad mal das Ding da aus Dann nehmen wir uns das Ding da Da ist die Schaufel kaputt gegangen Dann hole ich mir ganz kurz da oben noch die Bären Wenn ich ja mal dabei bin Die Schaufel mal hin Dann Loh 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 Und dann mit Büff mal hier ein schönes Feuer anzünden und erstmal schön Beeren fressen. Ich habe noch etwas, was wir holen können zum Essen, eine Möhre finde ich hier noch, da haben wir noch ein paar Beeren, ich habe gerade leider keinen Stock dabei, äh, keine Stocker dabei, nein, kein Zeug dabei, ach egal, ich habe auch immer nichts dabei, um die Beere zu nehmen. So, für die Nacht reicht es, das ist aber noch, das ist kein Problem, nur kurz die Seeds mitnehmen hier, so, dann nehmen wir nämlich hier einmal den, dann einmal den, dann vermaschen wir beides, essen wir auch die hier schnell, bevor es wird, wenn der Platz zuklatscht und dann hole ich mir da schnell die Steine wieder raus. Und jetzt gucken wir mal was wir alles machen können, wir können auf jeden Fall schon mal eine Farm bauen, das ist gut, äh, für die Farm bräuchte ich jetzt einfach nur noch einmal das mehr, ähm, gut ich bin schnell, warum nicht. so dann brauchen sie mich die hier ich glaube da muss ich mir vorher die bau das geht gar nicht anders na gut dann bauen wir uns halt erst die die drei club die drei club so melone kann man gleich mal hier machen und dann gucken wir mal wie viel kostet denn jetzt geht immer noch nicht ich bin so blöd ich das hier machen müssen ich bin so selten dämlich so machen wir das hier mal schnell damit auch hier rumzueiern einfach herwerfen einfach herwerfen klub so dann baller ziehen wir uns dahin bei dem ganzen spaß einwerbiges feuer so da ist wieder hell super dann mache ich mir eine neue schaufel mit der wir dann gleich den spaß hier ausgraben können und hier rüber platzieren können dass sie hier raus holen müssen wir eine ordnung schaffen so 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 Vielen Dank.